türkisches essen in china ist es besser als in deutschland sagt ihr es mir bitte achtet auf meinen gesichtsausdruck ihr seht hier gerade wie ich das erste mal in china einen authentischen düdem esse so und hier seht ihr das prachtstück noch einmal das war aber noch nicht alles denn dieser peter war auch göttlich und das hummus dazu im vergleich zu deutschland war das die beste türkische küche die ich bisher hatte das macht mir auf jeden fall lust auf die türkei und meine begeisterung habe ich auch in meiner insta story danach ausgedrückt und es war ein authentischer düdem alter also sehr gut wie in deutschland wenn ich sogar besser wenn ich sogar besser